Ich lerne Deutsch. Schwach Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Wort schwach beschreibt jemanden oder etwas, dem es an Kraft, Energie oder Widerstandsfähigkeit mangelt. Paul fühlte sich nach seiner langen Krankheit noch sehr schwach. Seine Energie und körperliche Kraft waren nach der Krankheit nicht vollständig zurückgekehrt. Die Brücke ist zu schwach, um schwere Lasten zu tragen. Die Brücke ist zu schwach, um schwere Lasten zu tragen. Die Brücke ist zu schwach, um schwere Lasten zu tragen. Die Tragfähigkeit der Brücke ist für große oder schwere Lasten zu gering. Sein Argument war schwach und konnte niemanden überzeugen. Seine Begründung war wenig überzeugend und substanziell. Die schwache Leistung des Teams führte zur Niederlage. Die schwache Leistung des Teams führte zur Niederlage. Die Mannschaft zeigte eine ungenügende Leistung und verlor das Spiel. Ramona hat ein schwaches Immunsystem und wird häufig krank. Ramona hat ein schwaches Immunsystem und wird häufig krank. Ihr Körper kann sich nur schlecht gegen Krankheiten wehren. Das Licht der Kerze war schwach und erhellte den Raum kaum. Das Licht war nicht stark genug, um den Raum gut auszuleuchten. Lisa hat eine schwache Stimme und ist in großen Gruppen kaum zu verstehen. Ihre Stimme ist leise und nicht kräftig, sodass sie schwer zu verstehen ist. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das Licht des Teams führte zur Niederlage. Das Licht des Teams führte zur Niederlage. Das Licht des Teams führte zur Niederlage. Das Licht des Teams führte zur Niederlage.